Thurasana, die auf Thurya, den vierten Bewusstseinszustand, ausgerichtete Stellung. Sitze wie in der Kuhmaulstellung, das heißt ein Fuß rechts, ein Fuß links, fasse mit beiden Händen an die Füße und dann verneige dich nach vorne. Diese Stellung nennt sich dann Thurasana, die Stellung, die auf den höchsten Bewusstseinszustand ausgerichtet ist. Thurya ist der höchste Bewusstseinszustand, auch der vierte, jenseits von Wachen, Träumen und Schlafen. Ein Bewusstseinszustand, in der du das Göttliche erfahren kannst, deine wahre Natur. Alle Infos zu diesem Asana und auch zu Thurya auf wiki.yoga-vidya.de Vielen Dank.